Herzlich willkommen bei Kameran Rossi im großen Meetingraum. Das ist ja so ein bisschen jetzt mit dieser 360-Grad-Brille als Firmen aus dem Echttreffen. Wir sind auch mitten im Thema, denn Kommunikationsarbeit ist ja ein Spiegel-Business. Und deshalb glauben wir, dass der normale Aventuren-Kennenzulernen kein besonders guter ist. Denn machen wir uns nichts vor, Pitches funktionieren so ein bisschen wie Tinder. Jemand macht ein paar kleine Bilder, sondern hat ein paar kleine Gesprüche ab und dann muss man drei Jahre mit ihm arbeiten. Wir glauben, das geht besser und haben deshalb mal was mitgemacht. Und zwar unser 360-Grad-Brille. Was verbirgt sich dahinter? Sie bekommen von uns die Möglichkeit, uns über drei Monate mal im Detail kennenzulernen. Wir haben einen Leistungskatalog definiert, der aber auch von echten Mitarbeitern erbracht wird. Also bei mir zum Beispiel können Sie sich Medienarchitektur mal glatzigen lassen. Oder Sie könnten zum Beispiel auch mir eine Vorstandspräsentation schicken. Man kann Ihnen sagen, ob die ankommt. Die eine oder andere haben Sie schon gesehen. Meine Geschäftsführerkollegin Viola Karmann hat auch eine Rolle. Die kommt aber gleich erst später dran. Das Beste hielt wir uns zum Schluss auf. Deshalb will ich jetzt erst mal an uns weiter. Da sitzt nämlich der Marc und Patel schon auf seinen Einzelnen. Genau, vielen Dank. Mein Name ist Markerbrock. Ich bin Erster Ansprechpartner, wenn es um Sachen Texte geht. Ich schreibe also auch selber. Aber vor allen Dingen versuche ich auch fremden Texten und Texte aus fremder Feder in den letzten Feinschrift zu geben. Und genau das ist auch das, was ich Ihnen anlegen möchte. Sie schicken Sie mir an die Texte und dann schauen Sie mir die ganz genau an. Vor allen Dingen Überschrift und Vorspannung. Also zwei Elemente, die ganz besonders entscheidend sind, ob Texte gelesen werden. Ja, da freue ich mich drauf und gebe dadurch weiter an Katharina. Mein Name ist Katharina Schneider. Ich bin hier bei Karmann Ossi zuständig für Projektmanagement und ich sorge dafür, dass die Termine eingehalten werden. Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne mal Ihren Projektplan schicken und ich gebe Ihnen dann ein Feedback zu den Prozessschritten beziehungsweise auch zu den Zeiträumen. Ich freue mich drauf. Amen. Mein Name ist Sarah Rütz, ich bin hier Kreativdirektor und aus Erfahrung kann ich sagen, dass gutes Design durch Kritik entsteht. Das heißt, man sagt, was man gut findet und man sagt, was man schlecht findet und das möglichst ehrlich und ungeschminkt. Und wenn ich auch mal mit Ihnen über Entwürfe reden soll und das auch ehrlich und ungeschminkt, dann müssen Sie an. Weiter mit Viola. Ich bin Viola Kamann und bei mir geht es um Filmen. Wenn Sie also ein Video planen, ein Erklärfilm, ein Vorstandsinterview oder vielleicht sogar ein 360-Grad-Film, dann wenden Sie sich bei mir. Wichtig für den Film, für das Video ist, dass Sie sich über drei Dinge Gedanken machen, was wollen Sie sagen, wem wollen Sie es sagen und vor allem wie wollen Sie es sagen und dabei helfe ich Ihnen. Wir können gemeinsam über eine Idee sprechen oder wenn Sie schon ein Storybook vorliegt haben, schicken Sie es mir und ich sage Ihnen meine Meinung dazu. Ich bin gespannt. So, da bin ich wieder, sozusagen als letzte Werbeteinblendung. Falls Sie nicht darüber gekommen sind, sage ich Ihnen jetzt schon ein paar Minuten. Das war ein wenig Video. Kamerossi.de Slash 160. Viel Spaß! Das war ein wenig Video. Das war ein wenig Video. Das war ein wenig Video. So, das war ein wenig Video.